Hören Sie heute Abend das Rias Tanzorchesterleiter und Horst Jankowski. Sehen Sie das Ballett von Dougie Squires und hören und sehen Sie Irene Scheer und Carsten Speck. My Fair Lady! Musik Ich hätt getanzt, 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 ging die Straße schon oft hinunter her und das Pflaster lag gewöhnlich ruhig unter mir. Musik 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 Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich glaub, jetzt hat sie's. Ich glaub, jetzt hat sie's. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Bei Gott jetzt hat sie's. Bei Gott jetzt hat sie's. Und noch einmal, wann ergrünt das Grün? Wenn die Blüten erblühen. Ja, und was macht denn dann das Grün? Es grünt so grün, es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ich sehe Krähen in der Nähe. Eher noch eher näher. Ich weiß, wie gut sie zu mir sind. Und noch einmal, wann ergrünt das Grün? Wenn die Blüten erblühen. Und was macht dann das blöde Grün? Es grünt so grün, es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Wenn Spaniens blühen. Spaniens teachings. Ach wär's doch nie vorbei, ich möcht noch so viel mehr, auch wenn es Sünde wär, die ich mir kaum verzeih. So war mir nie, doch wie er dann auf einmal den ersten Schritt mit mir gemacht, war mir so wunderbar, dass ich im Traum sogar noch immer tanzt, tanzt, tanzt. Heute Nacht Ach, es ist doch nie vorbei Die ich mir kaum verzeih. So war mir nie, doch wie er dann auf einmal den ersten Schritt mit mir gemacht. War mir so wunderbar, dass ich im Traum sogar noch immer tanzt, tanzt, tanzt. Heute Nacht War mir so wunderbar, dass ich im Traum sogar noch immer tanzt. Heute Nacht Heute Nacht Ich danke dir sehr, dass du mir Deutsch richtig gut beigebracht hast. Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Jetzt hat sie's Mein Gott, jetzt hat sie's Meine Damen und Herren, ich muss noch eins ganz schnell sagen, es hat uns alle begeistert, diese herrlichen Kostüme und ich bin sicher, Ihnen hat das auch gefallen, es ist einfach schön. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei unserer Kostümbildnerin bei Eva-Maria Schröder. Eva-Maria Schröder Evian Zoll